Servus Leute, heute gibt es einen Scaf Raid auf Streets mit der KS23 und dieser Raid hat eine kleine Vorgeschichte. Ich war eigentlich unterwegs und habe versucht ein Injector Case zu holen, das ich im Markthroom gefunden hatte die Runde davor, das ich aus Versehen habe liegen lassen. Besser gesagt, ich konnte es nicht mitnehmen, den Clip zeige ich euch gleich noch. Und aus diesem Scaf Raid ist einer der besten, wenn nicht der beste Raid oder Scaf Raid aller Zeiten geworden, den ich je gespielt habe. Und ja, ich will noch nicht so viel spoilern, schaut es euch einfach an, war sehr unterhaltsam. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv.de, würde mich freuen, wenn ihr euch vorbeischaut. Link in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und jetzt viel Spaß. Oh, hier müssen jetzt mindestens 200.000 drin liegen. Geh doch. Ah, ich kann gar nichts mehr mitnehmen. No. 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 Die kann man nicht wegwerfen. Wenn ich die wegwerfe, ist sie zu weg. No. No. 43 Minuten, ich bin nicht drauf. Weil ich schon zwei dabei hatte und es ein Limit von zwei gibt. Aha. Kommt hier, ihr Nasen. A.K.S. Special Treatment, meine Freunde. What the fuck? A.K.S., I'll get out of the morning, I'll get out of the morning. What the fuck? Yo, our PMC's here? Normal, normal. We live, guys. Here draußen, draußen, there's a PMC here. 100 pro. Ey, diese niedrigen Frames hier, Gott sei Dank, ist das morgen vorbei. Könnt ihr euch das vorstellen? Er ist auf jeden Fall ein PMC hier. Wisst ihr, wo er steht? Ich weiß es. Ich dachte, er wäre da drauf gesprungen. Come on, ich will ein paar PMCs wegflexen. Ey, besser kann man fast keinen Skeff haben als den hier. Ich weiß es nicht. Ein Doktor. Drei Keytools in zehn Uses? Ja. Der Key ist richtig krass. Yo, dude. Hello. Any PMCs? Äh, glaub nicht. I see. Ich wollte das Injector-Case holen. Ich geb's zu. Ja, PMCs? Vor mir zwei PMCs. Ja, ja, ja. Versprochen. Ja, er kommt her. Die wollen nach rechts, glaub ich. Es geht um Concordia. Die sind ganz, die sind nah, 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 nah. Komisch nah. Hals, Schnauz, jung. Niemand ist nah. Äh, doch, doch. Weit weg. Oh, ich seh, ich seh, ich seh Beine. Ich seh Beine. Oh mein Gott. Wirst du nervös? Jetzt hör mal auf, man. So, ich danke für die 10. Einer von beiden ist tot, oder wie viele es sind. Nice. Kais, let's go. Ha, ha, ha. Mein Arm. Au, au. Au, au. Sein Kopf. Hast du gesehen? Verrückt, was mit ihm passiert ist. Hä? Wieso wird denn jetzt nicht mehr geredet? Was ist da los? Erzähl. Wo ist jetzt hier der, 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 der Trash-Talk? Ha, ha. Ah. Ja, ja, renn bloß weg. Komm her, du kleine Natte. Ich geh, Leute. Ey, der ist doch zum Exit gerannt. Der Lappen ist zum Exit gerannt. Wie geht's dein Bein? Ich dachte, wir unterhalten uns. Geht gut? Nice. Freut mich zu hören. Oh mein Gott. Meinst du, der Panzer ist eine gute Deckung? Ernsthaft? RIP. Dankeschön, mein Freund. Oh mein Gott. Habt ihr gesehen? Mate ist tot. Und da war nichts mehr mitreden. Waren sie ganz stumm. So, wo sind jetzt meine Leute hier? Ah, göttlich. Ich hab gleich Tränen in den Augen. Hallo, Freunde. Jo, hallo? Moin. Ja, der andere ist auch tot. Ich, ja, drei Stück waren's. Ja, ja, ihr Geier. Ich hab sogar einen bekommen. Nice. Gönnt euch erstmal den Loot, habt ihr recht. Das ist meiner hier. Ja, guck mal hier. Ne, alles gut. Steck ein, steck ein. Nehmt alles. Hier, ich brauch das nicht. Hier, wo ist der nächste? Ich hab noch eine Waffe. Oh mein Gott. So gehört sich das. So, Moment, hier. Ähm. Gönnt euch. Ich hab schon zwei Mordetor-Waffen. Ich kann keine Tränen. Ja, hier, hier, hier. Ja, gut, dann nehm ich eine mit. Wer will den Ullach? Weißer Ullach hier. Ja, er hat noch keine Waffe. Hier. Gönnt ihr? Könnt ihr überhaupt so... Ja, wir sind freundlich. Oh, gut. Du brauchst Loot? Wir sind Scaps. Wir kippen TMCs. Is that what that entire explosion war that we heard was? It was my KS, probably. You know? Schrapnel 10. Jesus. I wish I had that. I have a crappy chocolate with no ammo in it. Come over here. There's an AK for you. And a Ullach helmet. No way. Really? Yeah. Yo, I appreciate it. Wait, give him the AK. Or take the Ullach at least. There's also... Here, he has a gun still. Yo, thanks, man. You're welcome, dude. So. Watch, watch. I have a better AK. Wait. You see? You don't want that? No, take it. No, you can have it. Yo, thanks. Nice. Alright. I appreciate it. Yeah, yeah. All good. Okay. Go for the extract. Ventilation shaft. Yeah. Let's go. Why not? Das geht hier ab. Oh, war eine gute Runde, ey. Das Injector Case hat sowas von für Content gesorgt. Holy moly. These guys are not looted. Oh, are looted. Never mind. Habe ich wieder Freunde gefunden? Ja. Alles nur wegen einem nicht gelooteten Injector Case. Next Level. Und dann der KS-Skev. Besser hätte es nicht laufen können. Es ist eine der besten Skev-Runden, die ich hier gespielt habe, glaube ich. So. Nicht, dass die Runde doch... Do any of you guys have a level 15 or higher USEC dog tag? I need one for an RSAS. I only have bear, I'm sorry. Take it. Do you see it? It's USEC level 18, I think. Thank you. Ah, is that guy behind us? He's shooting something. Someone's being stinky. Alright. Alright. He's dead. I got him. I got him. Nice. Nice. There's one more. PMCs? Oh, you're shooting skips. Yeah, PMCs. Alright. If you guys have a ULAC. They were like a random group, kind of. He went left. Yeah, I saw him, I saw him. Is it a PMC? Yeah, yeah, yeah. I have just three shots to go. He's dead. Got him. Nice. Holy shit, nice. Fuck, KS. You guys are actually bullying these players. Dude, KS is so fucking strong. Who wants the gear? This guy is 46. Here, take the ADAR. And everything. I don't care. Oh man, Snowball was here on the stream, Sean. This is, I believe, a viewer. Would be like all the storage. Thank you. Dude, take the TV rig and so on. I don't need it. I don't need it. Take it. Oh, I'll gladly take it. Take everything. I have enough of this. I can buy it. Anybody has a Fountain Raid Car Kit? I need one more. I'm sorry. Snowball. Heißt er. Yeah, I have one. I have one. Oh wait, is the Doctech still in here? Oh, nice. I need one. Then I have to... Snowball mit ein paar Dingern. Thank you. Nimm die guten Kopfhörer. Ach was, die kann ich kaufen. Brauch nichts. KS23 Scapes sind ja wohl der Wahnsinn, ey. Was haben sie sich dabei gedacht? Yo, thanks for the rig. Do you need anything in it? Nah. I want the Doctech though. That's all. I take the Shotgun. You need the SJ9. What kind of Doctech? I did pick one up. Yeah, it's 46. Mr. Snowball, I think. I dropped it. I have a 42. I dropped it. Yeah. I can't take it anymore. It's gone. Ripped. Oh, I can. Wait. Okay. Ich nehme den Jula. What the fuck? Why is it there but not there? Alright, alright. I think we can leave. Yeah, this has been quite the raid. I showed up and... Yeah, yeah. It was like... This has been pretty epic. Yeah, I like it too. Follow Outsider on Twitch. Yeah, you can check out Twitch if you want. Outside a German section. It's a German stream. You will find me if you want. Alright, let's go. Enough of this. Hey, wait. There's an... Der andere hat wahrscheinlich gelooted, ist abgehauen. Vielen Dankeschön für die Tier-Tour im 26. Willkommen zurück in der Abo-Falle. Danke für den Support. Danke. Äh, ja. Dass du schon so lange supportest. Weiß nicht zu schätzen. Wie geht's? That was a great scav-rate. Not gonna lie. It was already when we left the first time. Geht bestens. Spideful, danke schon für die Gehifteten und... Den Dritten überhaupt. That's like... You can just look up for... Look at my stream, if you want. I'm not that small. It's outside on Twitch. German section. But maybe the others. Yeah, wait a second. Come here. Come here. Yes, yes, yes. I'm super friendly, dude. What's your name? Outsiders. How the f... I don't have acrylic keyboard, but... So, what's going on? Anyway, let's go. Awesome stream, guys. Let's go. This has been pretty epic. It was a pleasure. See ya, guys. Yes. Macht mal bitte alle Hallo YouTube im Chat. Den könnte man möglicherweise verwenden, den Raid. Habe ich jetzt auch nicht so mitgerechnet, aber war okay. Also, für den Scaf Raid... Im Rahmen. Es hätte schlimmer kommen können. Schade, dass ich den Stocktag nicht habe. Fuck. Ich bin mir sicher, Snowball ist ein Viewer. Der war schon mal hier. Wundervoll. Ey, was haben sie sich bei KS23 Scafs gedacht? Nenn mal ganz ehrlich. Was haben sie sich bei KS23 Scafs gedacht? Ich weiß es nicht. Aber richtig heftig. To get away. To see you again. See you again. Been fighting ways. To get away. To see you again. See you again. See you again. See you again. See you again.